hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge korban nations of the old decor schön dass ihr wieder da seid leute ich habe jetzt mal gegoogelt die hartschale kommt schon bei den krebsen raus das stand so im blankhans discord jetzt werden wir uns erstmal hier bisschen was besorgen cool gibt es ja einiges schön ok lernen mal werkzeug bladtholz ok das ist teuer ok gut dann haben jetzt was davon okay dann schauen wir mal ob wir doch noch mal ein paar krabben besorgen können schnappte mal dein schwert auf den rücken meine gute und dann geht es doch noch mal zurück und ich glaube dann sollten wir doch eher schwimmen doch die krabben aber die haben uns doch keine gegeben komischerweise ich weiß nicht komisch verstand die krebs around the beach ok das nachladen lassen wird es zähl nee oh oh es schaut aber so hell aus irgendwie ich hoffe dass es nicht zu heiß wird wenn es doch hell werden sollte und dann müssen wir mal schauen ob es irgendwo noch ein paar krabben mehr gibt aber wir haben doch keine bekommen oder war das inventar voll das wäre halt dann ärgerlich gewesen ok gut aber zweimal erst mal unser inventar aus hallo topsy grüß dich ich bin gespannt was hier im vernamen gibt so ok dann haben wir hier holz 140 das ist doch schon mal nicht schlecht so wo sind jetzt diese krabben moment die waren doch hier irgendwo ich bin gespannt ich hoffe das ist auch so aber eigentlich hätten wir ja was rausbekommen müssen von den viechern und wenn wo seid ihr kollegen tja sieht man wieder keine mehr immer das was man braucht ne leute krabben da sind welche sogar am strand sogar auf dem land ok alles klar die haben keine hartschale leute robin oder muss man die abbauen noch irgendwie oder sind es gar keine krabben sind die damit gar nicht gemeint hä sind die damit nicht gemeint boah alter kommt da nachtessenz raus sind es die nicht ach scheiße hm oder gibt es noch andere gibt es noch andere viecher die ausschauen wie krabben hier wartet mal was hattet ihr noch einstecken veredeltes leinen müssen wir aber eigentlich auch mitnehmen na halt ok gut passt ok leute müssen wir mal die augen offen halten ob es da noch andere viecher gibt die ausschauen wie krabben weil webmunger das ist ja eher spinnen so wo sind wir jetzt hier moment genau gehen wir mal da lang warte mal da haben wir diese sandviecher schauen wir mal was die droppen aber ich glaube die werden das nicht geben die haben schuppen verstecken und fleisch ok könnten wir auch mal einiges mitnehmen brauchen wir ja auch ok moment mal was waren das gerade da hinten moment mal so korallen haben wir auch noch gebraucht korallenbaum okay gut das reicht saphieren immer mit tja hartschale leute das sind auch noch mal welche aber die rücken sind nicht raus ich frag mich warum warte mal komm mal her boah alter nein die rücken die nicht raus alter gibt es da nachtessenz ohne ende robine da hat ja aber auch keiner von den typen hartschale zum anbieten wir sind da ok ich würde sagen wir schauen mal hier ein bisschen rein ich muss da doch vielleicht noch mal genauer schauen korallenbaum lila koralle salbmotte ok ist da was eine schmeiß mal raus salbmotte fliegt raus ok gut also keine korallen mehr tja das ist stein genau ach verdammt leute ich möchte doch diese rüstung haben müssen wir da vielleicht an einen anderen strand gehen wisst ihr was wir schauen mal in die richtung hier genau das machen wir mal vielleicht ist es da besser wir haben jetzt schon echt einiges erreicht aber ja ich hätte halt wirklich gerne schon mal was gebaut jetzt da wir schon hier waren jetzt da wir schon hier waren hey was ist denn das das sind andere krabben oh ihr gebt doch hartschale oder leute oh da kommen sandhaie ihr gebt die dinger doch ihr gebt die doch oder clam crab clam crab die geben und perlen oh geil ok 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 leute so ok cool haben wir da noch welche also das sind die richtigen krabben verstehe oh da ist noch eine ach geil gib nochmal perlen her ok wir brauchen aber definitiv noch mehr ich hab das eh schon so hoch eingestellt leute aber das merkt ihr ja gib uns nochmal bitte diese viecher hier was ist hier oben ok aber wir haben schon mal hartschale warte mal wie viele hartschalen bräuchten wir denn herstellung rüstung ok lass uns mal schauen hartschale 5 und wir haben 117 5 9 29 ja das reicht pustin klemm ok ok cool das ist was ist das hier das sind die anderen viecher wieder gell oh niklas smaraggetreide oh niklas blume oh niklas brauchen wir auch lush leaf tree ok moment wir müssen was rausschmeißen wir müssen das rausschmeißen wisst ihr was ok schmeißen wir raus ok cool moment dann hacken wir hier mal drauf mystery pouch mystery pouch ok was haben wir hier rausbekommen green leaf beine ok ok leute wir brauchen platz was sollen wir denn rausschmeißen wisst ihr was wir schmeißen da auch nochmal was raus davon und hier auch nochmal das holz brauchen wir nicht ok ok wir brauchen diese beine auch noch leute green leaf kopfstück green leaf handschuhe herstellung schauen wir mal haben wir alles von diesem green leaf ja haben wir kelp fließendes geflecht fließende fasern ok das ist wohl teurer das zeug hier aber ehrlich gesagt das korallenzeug gefällt mir eh ein bisschen besser was ist denn das hier was ist denn dieser busch fließende fasern aha auch cool balsamkiefer auch leute 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 wisst ihr was äh perlen ne komm schmeiß das raus das kriegen wir jederzeit wieder und rubine kriegen wir auch jederzeit wieder wir brauchen wir brauchen anderes zeug ok wir brauchen auf jeden fall davon noch davon brauchen wir auf jeden fall noch jede menge ok alles klar kein platz mehr für honig extrakt ok alles klar cool ok dann haben wir das auch schon mal aha einen balsamkiefer haben wir auch schon mal ok so leute aber lasst uns noch mal eine hartschale schauen ich glaube das ist wichtiger oder warte mal pflanzenfasern sind egal aha die sind also hier drin oh geil wir kriegen zeug ok ne leute zurück zurück ok hier kriegen wir dieses holz ich würde lass uns mal nochmal nach krabben schauen lass uns nochmal nach diesen krabben hier ausschalten ob wir da noch ein paar haben warte mal wo sind wir wir sind hier ok komm bitte nochmal so eine dreiergruppe graben ja nein ach nee das sind nicht die graben shit das sind die spinnenviecher wieder wartet mal wo sind wir jetzt wir sind da wo waren denn die eher also ist ja geil ist ja echt geil na komm wir brauchen noch ok aber eigentlich müsste das reichen das müsste eigentlich reichen leute ok komm nochmal hier zurück irgendwo bitte noch ein paar graben nicht die spinnen sondern die graben da wird das das ist ja geil Hm, ne, dann schauen wir da unten nochmal lang. Ich hätte gerne auf jeden Fall 200 Stück von den Dingern. Warte mal, schauen wir mal da lang. Scheint sehr selten zu sein. Da gibt es dann diese Spinnenviecher eher noch wie die Krabben. Was haben wir denn hier oben? Schauen wir mal hier oben lang. Was haben wir denn hier? Aha, hier haben wir auf jeden Fall diese Lushwood. Was leuchtet da? Mondstein! Leute, oh, da können wir ja das Rezept holen. Ähm, es gibt hier auch Mondstein. Aber jetzt müssen wir schauen, wisst ihr was? Wir schmeißen das Holz raus. Holz gibt es hier en masse. Dann schnappen wir uns nochmal einen Mondstein. Ja. Kein Platz für... Ah, die Sporen habe ich jetzt echt genug. Okay, wie viel haben wir denn? Ich glaube, drei hat gereicht, oder? Wartet mal. Ich glaube, drei hat gereicht für das Rezept. So, aber nee, wir brauchen... Wir brauchen noch Krabben. Ach, Leute. Was ist das? Das sind genau die Stellen, wo auch unser Topsy Probleme hatte, oder? Wir müssen schauen, wo wir das herbekommen. Wo gibt's Krabben? Das sind wieder die Spinnendinger, aber ich brauche Krabben. Obwohl, das müsste eigentlich reichen, oder? Okay. Nee, wisst ihr was? Dann lassen wir das. Da sind die Viecher wieder. Da müssen wir aufpassen. Da sind auch wieder Spinnen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier. Okay, dann sollten wir eh mal in die Richtung gehen. Okay, schauen wir da nochmal rum. Ob hier ein paar Krabben noch sind. Also, ich hätte gerne den 200er Stapel komplett. Also, zweimal 100. Dann auch wieder Spinnen. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind nach unten gegangen jetzt. Okay. Aber ich würde hier gerne halt nochmal abschauen. Ob hier vielleicht nochmal ein paar gespawnt sind. Was ist das da vorne? Das blaue. Ach, das sind die Sandhaie. Okay. Die brauche ich aber jetzt nicht. Spinnen. Okay, dann gehen wir mal nach oben wieder. Wartet mal. Okay. Schauen wir mal. Wie viel brauchen wir? Herstellung für die Rüstung. Also, vier, sieben. Äh. Ne, Quatsch. Oben. Fünf. Neun. Neunzehn. Dreiundzwanzig. Äh, vierundzwanzig. Und da nochmal acht. Okay. Sechunddreißig. Und für den Speer, äh, für den Dreizack brauchen wir auch nochmal zehn. Das reicht. Okay. Dann ist egal. Gut, dann gehen wir. Gehen wir langsam zurück. Ja, ich würde sagen, da beim nächsten Ausflug werden wir das dann schon schaffen. Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh, okay. Da sind wir falsch. Da lang. Genau. Ah, genau. Dann gehen wir nochmal zum Ding rüber. In die Stadt. Und holen uns das Rezept für das andere Zeug. Für die Hacke. Können wir uns eh noch nicht bauen, aber ist erstmal auch egal. Hauptsache, wir haben das. Und, ja, diese Schlachtrost. Haben. Nachtessenz hätten wir. Ja, aber eigentlich, ich bin total mit Topsy zufrieden. Können wir eben mal noch irgendwann machen, würde ich sagen. Hier, wir wissen ja, dass wir hier ordentlich Nachtessenz rausbekommen, und zwar bei den Spinnenviechern. Ich würde sagen, das passt. Schaue ich hier nochmal. Das sind auch wieder die Spinnen. Vielleicht gehen wir beim Rückweg da lang. Hallo. Oh, ich muss jetzt nochmal was trinken. Okay, dann räumen wir erstmal raus. Mit dem Mondstein gehen wir rüber. Und dann holen wir nochmal was. So. Okay. Okay, das Zeug brauchen wir auch auf jeden Fall. Oh, Balsamkäfer, auch noch geil. Oh, warum ist das einzeln hier? Was ist das für ein Quatsch? Äh, nee, wartet mal. Da wollte doch einer auch Rubine haben, oder? Aber ich glaube, die Rubine habe ich jetzt rausgeschmissen, wenn ich mich irre. Saphire. Okay, die Einzelteile schmeißen wir da raus. War jetzt da irgendwo Rubine? Nee. Okay, warte mal. Schmeiß mal da die Einzelteile hier raus. Die verstopfen uns bloß das Inventar. Und hier haben wir auch nochmal... Was ist jetzt? Oh. Okay, Verbindung verloren. Okay, gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Servus. Tschüss.